Mein Name ist Hannes Kohlmeier. Vor 15 Jahren landete ich durch Zufall bei einem Loschentreffen der Freimaurer und trat diesen bei. Vom Lehrling bis zum Meister durchlief ich alle Ränge. Dieses Jahr bin ich ausgetreten und schrieb ein Buch darüber. Hallo Hannes. Hi. Robin R. hat sich gefragt, was genau sind Freimaurer? Freimaurer sind Mitglieder eines ethischen Bundes, die ihr Leben lang versuchen, an sich selbst zu arbeiten. Der Hintergrund ist eine sehr, sehr alte Philosophie, die aus dem alten Griechenland kommt. Wir arbeiten mit Bildern, die uns die Vorstellung ein bisschen erleichtern, was wir genau zu tun haben. Das Bild des rauen Steins kommt aus den mittelalterlichen Dombauhütten, der Ursprung der Freimaurerei. Der unbehaune Stein, der hohe Stein, der aus dem Felsen gebrochen wird, das sind wir, wenn wir anfangen, über uns selbst nachzudenken. Und dieser Stein sollte immer mehr eine Form annehmen, sodass er im Sinne der alten Dombaumeister in die Kathedrale passt, die Fassade der Kathedrale und somit als ein Stein des großen Bauwerks wird. Sander Haller interessiert. Was wollen Freimaurer bezwecken? Es geht in erster Linie um die Arbeit an sich selbst, an dem eigenen rauen Stein, wie Freimaurer das ausdrücken. In zweiter Linie geht es um die Gesellschaft. Nur wenn ich als Mensch, als Individuum, eine gewisse moralische Richtschnur habe, kann ich auch in die Gesellschaft wirken. Sena Kibaruklu möchte wissen, an was glaubt ihr? Das kommt auf das jeweilige System an. Es gibt nicht die Freimaurerei, es gibt eine christliche Variante. Das sind tatsächlich auch Freimaurer, die in ihren Logensitzungen beten. Da ist Voraussetzung, dass man Christ ist, egal welcher Konfession. Und die andere Richtung sind humanitäre Logen, bei der ich auch Mitglied war. Da ist es egal, welchen Glauben man hat. Man muss auch überhaupt keinen Glauben haben. Es sind auch Atheisten dabei. Das ist für mich die interessantere Variante, weil ich glaube, genau das ist eine zeitgemäße Art von Freimaurerei, ein Adapter quasi zwischen den Religionen, zwischen den Kulturen, zu überlegen, was verbindet uns und nicht so sehr, was trennt uns, was glaube ich, einer der ganz gefährlichen Gründe ist, die immer wieder zu Auseinandersetzungen und Kriegen führen. Ponytreamer fragt, warum bist du beigetreten? Es war ein Zufall. Auf dem Weg von meiner Wohnung zu meinem Büro war eine Freimaurerloge, die ich auch nicht weiter beachtet habe. Es hat mich schon ein bisschen interessiert. Aber eines abends auf dem Heimweg kam ich an der Loge vorbei und es war anders. Die schweren Eisentüren standen offen. Dahinter war eine Glastür, die von innen beleuchtet war. Es war ein Zettel an der Tür und darauf stand die geschlossene Gesellschaft. Und da ich Reporter bin und von Natur aus neugierig, was macht man, da geht man natürlich rein. Ich habe einen sehr schönen Abend erlebt, bin also nicht hochkant rausgeflogen, sondern habe interessante Gespräche erlebt an dem Abend und habe die Loge dann auch über Monate besucht bei den Gästeabenden. Und das kommt mir so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob ihr diese Fantasy-Filme kennt, wo irgendwie Kinder in den Schrank gehen und dahinter plötzlich in eine völlig andere Welt abtauchen. Genauso habe ich das erlebt. Also eine völlig bizarre, interessante Welt, wo erwachsene Männer plötzlich Schürze tragen und Hüte. Andererseits habe ich Symbole, die ich in den Freimaurerlogen gesehen habe, später wieder draußen erkannt, die mir vorher irgendwie nie von einem bedeutungsvoll erschienen. Ich habe plötzlich festgestellt, wie sehr die Freimaurerei unsere heutige Gesellschaft, unsere Wissenschaft, unsere Musik, unsere Literatur beeinflusst hat. Zum Beispiel Mutters Zauberflöte. Der Freimaurer merkt vom ersten Musikschlag an, dass es hier um eine Einweihungszeremonie für zwei neue Freimaurer handelt, nämlich Prinz Tamino und seine Pamina. Texas Ranger möchte wissen, kann jeder Freimaurer werden? Ja. Also auch das Argument, es können nur freie Männer von guten Ruf, so heißt es in den Satzungen vieler Logen. Das ist nur bedingt richtig, das bezieht sich auf gewisse Logen, auf gewisse maskuline Logen. Aber es gibt mittlerweile auch etliche Frauenlogen, es gibt gemischte Logen auch in Deutschland und die gemischten Logen, die Frauenlogen haben genauso Freimaurer wie die Maskulinen. Es sind die gleichen Ideale, es sind die gleichen Rituale, die gleichen Zeremonien und das gleiche Miteinander. Wombat5 hat sich gefragt, muss man einen Mitgliedsbeitrag zahlen? Ja, der Beitrag beläuft sich so zwischen 20 und 30 Euro. Es kommt darauf an, welchen Aufwand die Loge betreibt, ob sie ein eigenes Logenhaus haben. Die sind meistens denkmalgeschützt geschützt und haben einen hohen Unterhalt. Aber es beläuft sich so in der Regel ungefähr auf den Beitrag, den man auch zahlen müsste beim Tennisverein. Stella Queer interessiert. Haben Freimaurer politischen Einfluss? In Deutschland nicht. Der politische Einfluss der Freimaurer beschränkt sich darauf, dass sie alle paar Jahre mal einen freimaurischen Humanitätspreis verliehen, an irgendeine berühmte Persönlichkeit. In anderen Ländern sieht das anders aus. Viele amerikanische Präsidenten waren Freimaurer. George Washington zum Beispiel. Abraham Lincoln wollte Freimaurer werden, hat dann seine Bewerbung zurückgezogen, weil er neutral sein wollte. Auch in Frankreich scheint der Einfluss von Freimaurern deutlich höher zu sein als in Deutschland. Ich habe gehört, dass im französischen Parlament Freimaurer sitzen, die auch gemeinsam in Zirking Gesetze debattieren. Bei der Polizei offensichtlich im gehobenen Dienst. Bei den Kommissaren ist ein geschätzter Prozentsatz von zehn Prozent Freimaurer angeblich. Die Zahl hat mich auch überrascht. Aber in Deutschland ist der Einfluss sehr, sehr gering. Hat möglicherweise auch damit zu tun, dass Freimaurer in der dunklen Zeit von den Nazis verfolgt wurden. Hannibal Lecter interessiert. Gab es in der DDR auch Freimaurerei? In fast allen Diktaturen ist die Freimaurerei verboten, weil das Wort frei in dem Namen steckt. Es gibt eine Ausnahme eines kommunistischen Landes war Kuba. Bis heute gibt es in Kuba extrem viele Freimaurer. Man schätzt, dass jeder fünfzigste Kubaner Freimaurer ist. Hat wohl damit zu tun, dass die Helden des Befragungskampfes damals viele Freimaurer dabei waren. Che Guevara soll Freimaurer gewesen sein und das Logengebäude ist in Havanna überhaupt nicht versteckt. Es steht mitten auf einem Platz und ist für jeden sichtbar. In der DDR war es so, dass die Freimaurer Logen in der Nazizeit verboten waren und dann in der DDR nicht wiederbelebt wurden. Es mag sicherlich Brüder gegeben haben, die im Geheimen gearbeitet haben und sich getroffen haben, was sehr gefährlich war, weil die Staatssicherheit dürfte natürlich davon nichts erfahren. Paul Arner hat sich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Freimaurern und Illuminaten? Der Unterschied ist, die Illuminaten gibt es nicht mehr. Die Illuminaten waren freimaurisch beeinflusste Zirkel. Es waren Freimaurer-Logen, die im 18. Jahrhundert auf Bayern begrenzt waren. In Ingolstadt haben sie sich gegründet als Gegenbewegung zu den Jesuiten. Die Kirche war damals in Bayern sehr, sehr stark. Der Regent hat die Geheimbünde verboten in seinem Land, obwohl er selber Freimaurer war. Dieses Gegengewicht zur katholischen Kirche in einer Universitätsstadt wie Ingolstadt war bitter notwendig. Die Medizin konnte nur Fortschritte machen, wenn man sich über die Gesetze der Kirche hinweg setzt, indem man zum Beispiel Leichen öffnet und reinguckt, wie so ein Organismus funktioniert. Klopapier Forever hat sich gefragt, wieso gibt es etliche Verschwörungen über die Freimaurer? Alles ist schon mal verdächtig, was hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aber es gibt im Prinzip zwei Strömungen von Verschwörungstheorien. Die eine kommt tatsächlich aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland hat einen Angriffskrieg begonnen und ist völlig zu Recht auf die Nase gefallen. Nur wollte man sich das nicht eingestehen, man konnte sich das nicht eingestehen, also hat man den Fein im eigenen Land gesucht. Und General Ludendorff, so hieß der, hatte eine wahnsinnige Paranoia und hat den Freimaurern und den Juden, also der jüdisch-freimaurischen Weltverschwörung, die Schuld daran gegeben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und das hat sich über die Nazi-Zeit erhalten, dieses Narrativ. Die andere Strömung kommt aus den Vereinigten Staaten. Das hat ein bisschen den fundamentalistisch-christlichen Ansatz. Die katholische Kirche hat bis heute Ressentiments gegen Freimaurer. Eigentlich ist nicht sehr viel übrig geblieben aus den Vorwürfen aus dem Mittelalter, dass die angeblich Teufelsbündler werden. Was übrig geblieben ist, ist die Einstellung der Freimaurer, dass man nicht einer Wahrheit nachläuft, sondern es für möglich hält, dass es auch eine andere Wahrheit gibt. Und auch Philosophien und Religionen anderer Menschen respektiert. Rebecca hat sich gefragt, dürfen Frauen auch Freimaurer werden? Es gibt Logen, die Frauen in Zutritt verwehren. Das halte ich für unfassbar antiquiert und aus der Zeit gefallen. Ich glaube auch nur, dass die Freimaurerei überleben kann, wenn sie sich öffnet und ein bisschen auch modernisiert. Es gibt sehr viele Frauenlogen, gemischte Logen im französischen Raum, mittlerweile auch in Deutschland. Die französische Freimaurerei kam mit einer total spannenden Geschichte zur Freimaurerei. Und zwar, es war in einer Loge, einer männlichen Loge, war ein Transmensch, der seinen Brüdern eröffnet hat. Er will jetzt als Frau leben. Und dann kam die eine riesen Bredouille vor ein paar Jahrzehnten. Was macht man mit dem? Wenn du einmal aufgenommen bist und initiiert bist, bist du Freimaurer. Und daraufhin hat sich das durchgesetzt in französischen Logen, dass auch Frauen aufgenommen werden. Ich war öfter zu Gast in gemischten Logen. Ich glaube auch wirklich, dass Frau und Mann beide gleichermaßen ein Recht haben, in der Freimaurerei zu sein. Er, so Ernst, möchte wissen, wie steigt man von Rang zu Rang auf? Irgendwann ist es an der Zeit, dass die Gruppe den Eindruck hat, dass der junge Bruder oder die junge Schwester gereift ist dafür. Sprich, dass sie die Vorgänge in ihrem jeweiligen Grad verstanden hat. Dann sollten diejenigen, die in den nächsten Rang aufsteigen wollen, sollten sich mit einem freimaurischen Thema beschäftigen, das ausarbeiten, wie so eine kleine Diplomarbeit. Und die dann auch vor der Gruppe, durchaus auch vor Gästen, vortragen. Und dann, wenn der Kandidat von der Gruppe für würdig befunden wird, in die nächste Stufe zu gelangen, dann passiert es durch eine Initiation. Dominik H. interessiert, welche Rituale werden im Tempel durchgeführt? Dominik H. Die drei Rituale, die wir haben, beziehen sich immer auf die jeweiligen Stufen. Im ersten Grad, im Lehrlingsgrad, geht es um eine philosophische Geburt. Mir wird die Augenbinde abgenommen, ich sehe das Licht der Aufklärung, das ist meine Geburt als Freimaurer. Im zweiten Grad, ein sehr fröhlicher Grad, da geht es darum, mit der Gemeinschaft zu leben, auch zu wandern, in andere Logen zu gucken, wie die so arbeiten. Das Brüderliche steht im Vordergrund und die Gemeinschaft. Im dritten Grad kommt dann eine sehr ernste Komponente dazu, die man in früheren Zeiten als Vanitas erlebt hat und gepflegt hat. Der Gedanke an den eigenen Tod. Hintergrund der Philosophie ist, dass man wahrscheinlich nur richtig und erfüllt leben kann, wenn man sich auch dem Gedanken des eigenen Todes stellt. Dass man nicht auf ein Jenseits hofft, sondern eben hier und jetzt versucht, ein besserer Mensch und ein glücklicher Mensch zu werden. Das ist auch die DNA der Freimaurerei, denke ich. Melo Nina interessiert. Weißt du Dinge, über die du nicht sprechen darfst? Ich kenne den Inhalt der Rituale. Ich würde jetzt im Detail nicht darüber sprechen, weil ich einfach weiß, es wäre unanständig. Ich bin im Vertrauen eingeweiht worden. Dinge wie Worte, Zeichen und Griff, mit denen sich Freimaurer gegenseitig erkennen, darüber würde ich nicht reden. Aber es sind im Prinzip Dinge, die tatsächlich überall nachzulesen sind in den Staatsbibliotheken. Das Geheimnis der Freimaurerei ist, es gibt gar kein Geheimnis. Es gibt eine Art Theater, das inszeniert wird für die jeweilige Initiation. Es soll einen, den Aufzunehmenden, wirklich im Herzen treffen. Es soll ihn emotional wirklich bewegen. Und es tut es nur, wenn ich vorher nicht weiß, was genau mit mir passiert. Ich glaube, es werden sehr viele enttäuscht, wenn sie dahinter kämen, was das eigentliche Geheimnis der Freimaurerei ist. Ingmar Dom fragt, warum bist du ausgetreten? Das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Journalist. Ich habe ein Buch geschrieben und so sehr ich die Freimaurerei liebe, es ist kein Fanbuch für Freimaurerei. Also ich gehe auch kritisch mit einigen Systemen ins Gericht. Und das fängt an mit der sehr maskuline Ansatz vieler Logen, die sich heute immer noch weigern, Frauen aufzunehmen. Das geht aber auch in Richtung gewisser sehr, sehr esoterischer Logen. Und weil ich einfach zum einen keine Lust habe, dass das Buch als Stimme der Freimaurerei wahrgenommen wird und zum anderen auch keine Lust habe auf die Klugscheißer, die es auch in unserem Verein gibt, den Rechenschaft abzuliefern. Deswegen bin ich ausgetreten, um einfach mir die journalistische Freiheit zu bewahren. Dennis The Hazist möchte wissen, befürchtest du Konsequenzen nach deinem Austritt? Nein. Es ist ein Verein wie jeder andere. Es ist schwieriger reinzukommen, als rauszugehen. Sobald du deine Mitgliedsbeiträge nicht mehr bezahlst, bist du automatisch draußen. Fächerboy95 interessiert. Wie haben Leute deiner Loge auf dein Buch reagiert? Großartig. Völlig überraschend. Es gibt zwei große Freimaurer-Magazine. Das eine ist die Humanität. Die haben geschrieben, sinngemäß der Titel lässt fürchten, dass es sich um schlimmste Verschwörungstheorien handelt. Die Macht der Geheimbünde. Aber man muss zugeben, haben sie geschrieben, es ist das Unterhaltsamste, was die letzten Jahre über das Thema erschienen ist. Und sie haben sich sehr, sehr lobend geäußert darüber. Obwohl es, glaube ich, den ein oder anderen ehemaligen Bruder ziemlich ärgern dürfte. Julie Wood möchte wissen, was hatte die Zeit dort Positives mitgegeben? Also mein Buch, das zahlreiche autobiografische Züge auch hat. Erkenntnis, die ich gewonnen habe, indem ich als Journalist die Bünde verglichen habe miteinander und auf gewisse Wahrheiten gestoßen bin, die der einzelne Bruder vielleicht nicht gewinnen kann, weil die Logen sich untereinander bewegen, aber relativ wenig mit anderen Systemen zu tun haben. Ich glaube, dass einige Mechanismen, die in der Freimaurerei seit Jahrhunderten kultiviert werden, uns tatsächlich in der Zukunft retten könnten. Zum einen die Utopie einer Gesellschaft, der liebevolle Umgang, Inklusion, der Umgang mit Leuten mit Handicap, mit dem schwächsten Glied in der Gesellschaft, das trifft es am besten. Das ist das eine. Und das andere ist in den humanitären Logen zumindest der Umgang mit Glaube, der eben da nicht wichtig ist. Das ist ein Adapter für jede Art von Weltanschauung. Es sind dort in den Logen Muslime, Juden, Christen und Atheisten anzutreffen. Und das könnte für mich auch ein Rezept sein, um künftige Kriege zu verhindern, die immer irgendwas mit Fundamentalismus zu tun haben. Und da könnte die Freimaurerei uns wirklich Lösungen geben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier. Und wenn ihr wissen wollt, wie Elias, der Ghostwriter, es schafft, zwei Bachelorarbeiten innerhalb von einer Woche zu schreiben, dann klickt hier. Und dann klickt hier.